gute wie zu hell dragon lp und ich begrüße euch zu einem weiteren player review heute geht es um joshinori muto vom fsv mainz 05 ja da bin ich tage eigentlich nicht ganz gut anzusprechen denn wir haben ja das derby verloren ich bin ja ein traf frankfurt fan und da seht ihr auch dass das player review relativ frisch dann auch ist denn ich habe muto schon länger im kader und habe ihn aber die ganze zeit nicht getestet jetzt tue ich es einfach mal schauen wir mal was der gute kann 74 stellungsspiel 80 beweglichkeit 80 sprint geschwindigkeit 79 balance stärke von nur 49 eine kopfball präzision von 49 das wird ganz interessant gleich fernschüsse 72 ein dribbling von 78 mittel mittel arbeitsraten vier sternen schwacher fuß drei sternen spezialbewegung ich gehe dieses player review ein bisschen anders da an heute keine einblendungen und ein bisschen nicht ganz so strukturiert wie es sonst so ist denn ich erzähle einfach nur was er kann und was er nicht kann und was er wirklich sehr gut kann der herr muto ist hat ein sehr hervorragendes stellungsspiel er hat nur mittel mittel arbeitsraten aber er ist immer wie ihr seht schön gestartet als falsch neun habe ich ihn ja spielen lassen weil ich mir eigentlich auch ein bisschen von seiner passstärke was er hofft habe da komme ich gleich noch darauf zu sprechen genau das möchte ich ein bisschen kombinieren denn er ist hat 79 tempo das tempo fällt aber nicht ganz so arg ins gewicht ich bin mit ihm relativ gut zurecht gekommen denn er startet immer relativ gut in die spitze rein das werdet ihr jetzt eins zwei drei mal sehen ein weiterer großer pluspunkt ist sein abschluss besonders seine finesse schuss im 16 er waren wirklich gut die fernschüsse wie ihr seht sind kräftig aber ich habe davon kein ich glaube ein ist aufs tor gekommen an den ich mich erinnern konnte da glaube ich auch hier gleich eingespielt wird ansonsten sind die doch immer relativ gestreut ums tor herum geflogen jetzt kommen wir aber zu dem was ihn wirklich ausgezeichnet hat neben sein positionierungsspiel wie ihr jetzt hier wieder seht sein kopfballspiel er hat drei kopfballtore glaube ich für mich gemacht und da ist jetzt wieder die frage 49 kopfball präzision ja oder nein er macht viel mit diesem positionierungsspiel weg aber trotz allem er versenkt die die kopfbälle trotzdem relativ gut und deswegen ist es ein sehr eine sehr große überraschung auch hier werde die wieder sehen wir jetzt gleich abstoppt und auf diese flanke wartet und ihn dann wirklich hervorragend im kopf frei macht ich weiß nicht wo da 9 40 kopfball präzision ist aber na gut was kann der gute nicht ich hatte große probleme mit seinem first touch die waren nicht so ganz berauschend und ja seine stärke ist ja auch immer so ein mittel ding rede ich hier von der balance oder von der stärke ich meine jetzt wirklich die stärke die balance war okay aber sobald mal ein innenverteidiger mal ein bisschen energischer gegen ihn angetreten ist hat er in der regel dann eigentlich immer verloren das weitere was mir nicht so gut gefallen hat weil da habe ich einfach mehr von erwartet ist sein passspiel besonders die langpässe da hat er glaube ich aber auch keine guten stats kamen überhaupt nicht und ansonsten ihr seht auch ich habe jetzt zum schluss kommt eine passszene ansonsten habe ich da ehrlich gesagt nichts gefunden was ich euch da groß präsentieren kann hat mich nicht vom hocker gerissen trotz allem 18.500 habe ich viel bezahlt ihr seht am 11 11 habe ich ihn gekauft herlau ja sechs spiele sechs tore und positionierung 1a kopfball abschluss tempo ballkontrolle passen stärker als minus und ja ich hoffe trotz allem auch wenn es nicht ganz so mein player review war hat euch das ganze gefallen denn ich hatte dieses player review schon länger gemacht habe es aber noch nicht vertont das mache ich jetzt gerade und ich will euch ja so viel als möglich präsentieren und dann wird halt auch mal so ein player reingeschmissen ich hoffe es euch gefallen wenn ja lasst einen daumen da oben da schreibt was in die kommentare und dann bleibt mir nicht mehr wie immer zu sagen macht's gut und ciao